Willkommen auf meinem Kanal. Wollt ihr mehr sehen? Abonniert mich einfach. Kind in Not – Die Geschichte von vier Helden im Hörspiel Aus den Fängen einer riesigen Wasserspinne retten vier Helden ein Kind. Es war ein sonniger Tag und die Kinder tummelten sich im riesigen Pool des Ferienhotels. Alles schien friedlich, bis plötzlich ein Schrei durch die Luft hallte. Alle Augen richteten sich auf den Grund des Pools, wo eine riesige Wasserspinne ein kleines Kind in ihren Fängen hielt. Die Menge am Beckenrand erstarrte vor Schreck. Doch vier mutige Helden erkannten sofort, dass sie handeln mussten, um das Kind zu retten. Der erste Held war ein junger Mann namens David, der schnell erkannte, dass die Spinne das Kind in die Tiefe des Pools ziehen würde. Er sprang sofort ins Wasser und begann tief zu tauchen, um das Kind zu erreichen. Die zweite Heldin war eine junge Frau namens Maria, die sofort erkannte, dass das Kind nicht allein gerettet werden konnte. Sie schwang sich elegant ins Wasser und tauchte hinter David her, um ihm zu helfen, das Kind aus den Fängen der Spinne zu befreien. Die dritte Heldin war ein mutiger Junge namens Max, der bemerkte, dass die Spinne immer aggressiver wurde, je näher sie dem Beckenrand kam. Er rannte zu einem der Bademeister am Beckenrand und bat ihn, einen Feuerlöscher zu holen, um die Spinne abzulenken. Die vierte Heldin war eine ältere Frau namens Frau Müller, die am Pool stand und sofort erkannte, dass auch sie helfen konnte. Sie rannte zum Hotelgebäude und rief die Feuerwehr, damit sie schnell zum Pool kommen konnte. Die vier Helden arbeiteten koordiniert zusammen, um das Kind aus den Fängen der riesigen Wasserspinne zu befreien. David und Maria gelang es schließlich, das Kind zu erreichen und aus den Fängen der Spinne zu befreien, während Max die Spinne mit dem Feuerlöscher ablenkte und Frau Müller die Feuerwehr alarmierte. Die Feuerwehr kam schnell und half den Helden, das Kind und die Spinne sicher aus dem Pool zu ziehen. Die Zuschauer applaudierten den vier Helden, die mutig gehandelt und das Kind gerettet hatten. Der kleine Junge war dankbar und umarmte jeden von ihnen und bedankte sich, dass sie sein Leben gerettet hatten. Die vier Helden wussten, dass sie gemeinsam das Richtige getan hatten und gingen zufrieden nach Hause. Sie wussten, dass sie ein Kind aus den Fängen einer riesigen Wasserspinne gerettet hatten und dass sie zusammen ein unschlagbares Team waren. Nach der Rettung des Kindes waren die Helden erleichtert und froh, dass alles gut gegangen war. Doch dann bemerkten sie, dass die riesige Wasserspinne immer noch im Pool war und für weitere Gefahr sorgen konnte. Plötzlich fuhren mehrere Polizeiautos vor und aus einem stiegen Beamte der Spinnenpolizei. Diese Spezialpolizei war darauf spezialisiert, gefährliche Spinnen einzufangen und in speziellen Einrichtungen unterzubringen. Die Spinnenpolizisten erkannten schnell, dass es sich um eine riesige Wasserspinne handelte, die normalerweise in tropischen Gebieten lebte und für den Menschen gefährlich werden konnte. Sie beschlossen, die Spinne zu fangen und in eine spezielle Einrichtung zu bringen, damit sie niemandem mehr Schaden zufügen konnte. Die Helden beobachteten die Arbeit der Spinnenpolizei und waren beeindruckt von ihrer Professionalität und ihrer Fähigkeit, die Situation schnell und effektiv zu lösen. Als die Spinne schließlich gefangen und in einem Spezialtransporter abtransportiert war, wussten die Helden, dass sie ihre Mission erfüllt hatten und das Kind und die anderen Hotelgäste nun in Sicherheit waren. Die Menge am Beckenrand applaudierte und jubelte den Helden zu, als sie sahen, wie die Spinnenpolizei die riesige Wasserspinne mitnahm. Die vier Helden fühlten sich stolz und glücklich, weil sie geholfen hatten, das Kind zu retten und eine gefährliche Spinne zu fangen. Sie wussten, dass sie als Team zusammenarbeiten mussten, um ihre Ziele zu erreichen, und dass jeder von ihnen einen wichtigen Beitrag geleistet hatte, um das Leben des kleinen Jungen zu retten. Mit einem Gefühl der Freundschaft und des Zusammenhalts kehrten die Helden in ihre Zimmer zurück und wussten, dass sie durch die heldenhafte Rettung des Kindes aus den Fängen einer riesigen Wasserspinne für immer miteinander verbunden waren. Am Abend wurde im Hotel ein riesiges Fest gefeiert, um die Heldentaten der vier Helden zu würdigen. Gäste und Hotelangestellte kamen zusammen, um gemeinsam zu feiern und den Helden zu danken. Die Helden waren überwältigt von der Dankbarkeit und der Anerkennung, die ihnen entgegengebracht wurden. Sie genossen die Aufmerksamkeit und die Lobeshymnen, die ihnen zuteil wurden, und fühlten sich geehrt, dass sie das Leben eines Kindes gerettet hatten. Während des Festes wurde den Helden ein besonderer Tisch reserviert, an dem sie von den anderen Gästen umringt wurden. Die Köche des Hotels bereiteten ein fantastisches Essen zu, und es wurden zahlreiche Getränke und Leckereien serviert. Die Helden saßen zusammen und erzählten sich Geschichten und Abenteuer aus ihrem Leben. Sie lachten und scherzten und genossen die Gesellschaft der anderen Gäste, die ihnen zujubelten und sie bewunderten. Plötzlich wurde das Licht gedämmt, und die Hotelangestellten brachten eine riesige Geburtstagstorte herein. Der Hoteldirektor ergriff das Wort und dankte den Helden noch einmal für ihre Tapferkeit und ihren Mut. Dann zündeten die Hotelangestellten Feuerwerkskörper und der Himmel wurde von bunten Lichtern erhellt. Die Helden schauten gemeinsam in den Nachthimmel und genossen den Moment. Am Ende des Festes umarmten sich die Helden und versprachen sich, immer füreinander da zu sein. Sie wussten, dass ihre Freundschaft durch das gemeinsame Erlebnis noch stärker geworden war und dass sie sich in Zukunft aufeinander verlassen konnten. Als sie schließlich auf ihre Zimmer gingen, um sich auszuruhen, fühlten sich die Helden zufrieden und glücklich. Sie hatten etwas Wichtiges erreicht, und das gemeinsam. Sie schliefen mit dem Wissen ein, dass sie eine wunderbare Erfahrung gemacht hatten, die sie nie vergessen würden. Ich bin dein Vater. I love you, I love you, I love you, I love you, yes I do.